Hey Leute, wir haben zu einem kleinen Pokémon Go Informationsvideo. Rigi Rock registrieren, Rigi Ice worden im Code gefunden. Also sehr wahrscheinlich, dass die drei Golems uns nach Verschwinden von Kirocreme begegnen werden, also den Raid kämpfen. Weiß nicht genau wie das abläuft, welches wir von den drei erst bekommen oder alle drei gleich. Links habe ich nun mal sie eingeblendet, also alle drei Golems und rechts nun mal die Shiny Form. Übrigens im Hintergrund habe ich noch ein bisschen Wasser-Event-Gameplay eingeblendet, damit es für euch nicht so langweilig ist. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall richtig gehypt auf das Event, ich kann es nicht sagen, auf die drei neuen legendären Raid-Bosse. Mir war richtig, richtig cool, wenn das werden. Und ja, ich glaube, das war es auch. Checkt euch die ganzen Pokémon Go YouTuber in der Beschreibung aus. Ich verspreche mir jetzt schon wieder, sorry immer dafür. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.